Bianca Heinecke ist auf Instagram zurück. Die einstige Social-Media-Queen feierte vor wenigen Tagen nach Monaten der Funkstille zu ihren Fans ihr Comeback. Der Zeitpunkt war auch sehr besonders, denn erst kurz zuvor meldete sich ihr Ex-Union-Klassen mit Hammer-News bei seiner Community. Er und Tanja Makaric haben sich getrennt. Diese Nachricht fällt nun wohl hinten rüber, denn Bibis Rückkehr wird von den überraschenden Fans gefeiert. Aber wie reagiert Julian auf die Meldung? Er gibt dem Post seiner Ex einen Like. Vielleicht freut er sich auch darüber, nicht mehr im Fokus des öffentlichen Interesses nach der Trennung von Tanja zu stehen. Julienko wollte sich eine Zeit zurücknehmen, um das Beziehungsaust zu verkraften und freut sich über jede Form der Ablenkung, wie er bereits in seinem Podcast sagte. Aber auch Biancas Freundin Dahivi freut sich anscheinend über die Rückkehr ihrer einstigen YouTube-Kollegin. Sie schrieb auf Bibis Account, wie schön, dass du wieder da bist. Mit ihren plötzlichen Posts auf Instagram hat Bibi also nicht nur die Fans, sondern auch Freunde und sogar ihren Ex positiv überrascht.